Was ist denn die vierte für ein Schloss? Ist das ein reguläres Schloss? Ja. Echt? Obwohl das über einen Secret-Ausgang kommt, oder kommt man anders da dran? Du kommst da auch dran, wenn du dieses Level gleich schaffst. Äh. Ich glaub, da war nachher nicht noch ein Level. Ich weiß es glaub nicht. Komm mal her. Danke. Ah, okay, gut. Dann hat sich das ja wenigstens jetzt gelohnt. Oh, oh, oh. Wie soll man nicht so hier... Das geht so nicht. Ich nehm ja den mal kurz mit. Wenn da eh keiner drin wohnt. War das... Oh. Es sah so gut aus, ja? Und dann passierte das. Gerade als du's erwähnen wolltest. Ja. Okay. Oh. Ich kann das? Ja. Oh. Ich, äh... Ach du Schande. Uh. Ich bin dann mal weg, ne? Tschüss. So, gut. Oh Gott. Ich hab das Gefühl, manchmal ist durchrennen echt super. Wie heißen eigentlich die Maulwürfe? Monty, glaub ich. Monty? Monty Maul. Oder hieß nur so der Große. Ah, uh. Ich weiß, dass der Große so hieß. Haben die Kleinen auch den Leichen angehabt? Also bei Paper Mario hießen die, glaub ich, auch nicht anders. Okay. Aber ich weiß nicht, ob's bei Paper Mario dann wieder die Großen waren quasi. Man kann das, glaub ich, nicht so gut auseinanderhalten. Oh, überraschend. Oh, ne, was los? Oh Gott. Äh. Ah, okay. Ich weiß, was das war. Ich nicht. Nein! Nein! Der Knut schnippt ein Fisch. Ja, okay. Boah, wer macht denn sowas? Nintendo. Danke, Nintendo. Das können Sie beim nächsten Mal bitte lassen. Äh. Uh. Cool. Äh. Äh. Wo springe ich hin? In den Tod. Gut, okay. Oh, warte mal. Ist das Leben jetzt wieder da? Buuh. So, da geh ich nicht noch mal rein. Gut. Yoshi! Yoshi! Danke. Oh. Tschüss, Yoshi. Du kriegst... Oh. Wunderbar. Cool. Das war ja fast schon geplant. Oh. Ne Wolke. Was macht denn die? Oh. Was tut denn die? Hä? Keine Ahnung. Ich kenn die nicht. Gut. Das sagt mir leider auch nicht, was das tut. Die wirft einzelne Münzen. Und die lachen halt. Äh. Die haben einiges Lächeln. Ich sammle einfach mal die Münzen, wie sie runterkommen. Oh. Och, super. Vielleicht kriegt man das nur, wenn man alles gesammelt hat. Also, alle Münzen meine ich jetzt von dem Kleinen. Jetzt hilft mir die Zeit allerdings doch ganz schön davon. Tschüss. Okay, gut. Er kann wirklich sturmbleiben. Oh. Egal. Wir haben den Yoshi und wir haben ein neues Objekt gefunden. Was auch immer das nicht so genau war. Ich glaube, mich hat das nicht einmal gezwiggert im ganzen Spiel. Irre. Ich dachte, man kann sich draufstellen oder so. Und dann halt fliegen. Oh, Ludwig. Den mag ich am meisten von den Kuperlingen. Oh, Gott. Ja. Sehr schön. So. Sag, man kann den überfliegen. Ready to take off. Yeah. Oh. Yay. Huch. Verschreckt kriege ich gleich Schuck auf. Ja. So aufregend ist es. Und unten drunter passieren Dinge. Ja. Huch. Okay. Okay. Wow. Das hat ja nicht das Power abgeklaut. Yoshi. Ich bin ja gerade begeistert. Oh. Nein. Aber nicht von dieser Stage. Oh. Was ist denn das? Oh. Okay. I got this. Wow. Nein. Danke, Yoshi. Gut. Äh. Krass. Wow. Die Stages sind echt irre. Gut. Du kannst mit deinem Yoshi den Sequenz auszuholen. Oder? Ach, stimmt. Aber ich weiß halt nicht, wo der so genau ist. Äh. Da, wo dieser Flügel war. Kann ich mir vorstellen. Und wo muss ich dann hin? Bin ich da schon dran vorbei? Nö. Die kommen jetzt. Ah, okay. Nö. Ach, die fliegen einen nach oben. In diesem Sinne. Ich dachte, ähm, dass das irgendwie anders ist. Also ich dachte, man fliegt dann halt normal. Äh. Fassiüss. Und jetzt, glaube ich, musst du, äh, durchkommen. Einfach nur. Wenn du runterpfiffst, hast du das, wenn du nicht geschafft. Okay. Aber ich muss sagen, mir gefällt das mit dem Hintergrund. Man hat das Gefühl, man hat so super Highspeed. Äh. Alles geplant. Natürlich. Natürlich. Äh. Das ist eigentlich Schwachsinnig, dass ich die Münze noch sammle, wenn ich schon da hinten eine verpasst habe. Naja, was soll's. Ah, der blaue Yoshi ist cool. Das gefällt mir. Hm. So, ist das jetzt eine Falle oder darf ich da runter? Das sieht gut aus. Ja. Hey, so, did it. Tot. Nee. Wo war denn da das Secret nochmal? Keine Ahnung. Aber ich hab' den blauen Yoshi. Auf einmal. Ja, das ist schön. Bleibt der jetzt für immer blau? Ja. Und kann ich für immer fliegen? Ja. Also für immer fliegen kannst du nicht, aber der bleibt auf jeden Fall blau. Jetzt musst du halt die Panzer schlucken. Naja, auch. Krass. Das ist aber cool, dass man... Ach, das ist ja super. Bin voll dafür. Um Gottes Willen. Schöne Stage, Ludwig, ja? Hast ein tolles Schloss. Ja, ein ganz tolles Schloss. Ach so, du hast nicht, weil es cool ist, gewartet. Das gehen wir von alleine wieder runter dann. Ja. Ah, gut, okay. So. Und jetzt springen. Na gut. Äh. Die, 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 die. Wuuu. Nice, sir. Schön. So. Gut gemacht. Ich wusste, dass das passiert, deswegen hab ich mir die Filme geholt. Ah, du denkst das voll mit. Ich bin begeistert. Bonk. Ah, schade. Ach, und besser schon, das ging ja fix. So. Oh, den kann man auch so schön verglitschen. Warte, mal gucken, ob ich's hinbekomme. Okay. Nee, grad nicht. Dann kann er sich nämlich außerhalb der Map befinden. Und du kannst ihn nicht mehr treffen. Na super. Und weg. Na, das ist ja super dumm. Ach, Nintendo, warum? So, jetzt komm her. So, ein Vogel. Aber die blauen Harn ist ja cooler. So, jetzt steht der Text auch richtig unten, außer es steht jetzt Luigi doch. Das wär natürlich cool. Das wär super. Aber man achtet ja da, also früher als Kind achtet man da ja gar nicht drauf, ne? Wenn man überhaupt lesen konnte. Hö? Gut. Das ist die Rakete von Tetris geworden, ja? Autsch. Mhm. Vor allem dachte ich jetzt, da steht Luigi. Was ist das? Okay, das steht Mario, okay. Mario macht halt einfach alles. Wir sollten unser Gehirn benutzen, um durch den perplexen Wald zu gehen. Okay. Aber da war es zumindest ganz nett aus. Ich wollte gerade schimpfen. So, keine Ahnung, wie da der Secret Exit ging. Ich glaub, ich werde da nochmal nachgoogeln. Ja. Machen wir dann mit der nächsten Aufnahme einfach. Und dann tun wir so, als hätten wir es so gewusst. Guter Plan. Ja. Gut, dass das keiner weiß. So. Malte Illusion. Das bleibt aber unter uns, oder? Oh, Yoshi, wie cool. Wow, ich kann ihn doch essen. Ich dachte erst, das geht nicht. Wie uncool. Also für den Wiggler. So. Das hat sich gelohnt. Du kannst die auch jetzt aufschlürfen, ne? Dann hast du Flügel. Ach, jeder Panzer bringt das jetzt. Das ist ja krass. Ich dachte wirklich nur, der... Der Blaue macht bei jedem Yoshi das. Bei jedem Yoshi? Ja. Bei jedem Panzer. Nee, der Blaue Panzer macht das bei jedem Yoshi. Und ein Blaues Yoshi macht es bei jedem Panzer. Ach so. Plus den normalen Effekt halt. Ach, kann das sein, dass die Wolke nur bei diesen Rosafrüchten kommt? Kann sein. Na? Jawoll. Like a boss. Oder so ähnlich. Yay. Mittelpunkt. Oh, und vielleicht noch ein schönes Power-Up. So, warte. Weißt du was? Die Blume will ich haben, ne? Genau. Perfekt. Ich hab's mir sogar gemerkt. I can't believe it. Nein, 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 nein. Mir ist egal, was ich für Power-Up's verliert, ich will den Yoshi. Oh. Hm. Wow, 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 wow. Gut. Alles geplant. Oh Mist. Da kommst du auch ohne Yoshi hin. Ich verstehe, dass die Wicker so auseinanderfallen. Ich meine, seriously? Okay. Oh je. Oh. Ach, warte, hat der Schlüssel beim Schloss? Ja. Okay. Darf ich anecken mit dem Kopf? Wie meinst du? Darf ich oben an die Wand ecken? Ja, darf ich. Gut. Das wollte ich wissen nicht, dass mich da gleich zerplatzt. Das sieht aus. So, Schlüssel. Danke. Und jetzt aus Versehen ins Auskicken. Jetzt hab ich kein Schlüssel mehr. Das ist der optionale Weg, okay. Oh nee. Ja. Oh nee. Untertitelung des ZDF, 2020